Naturgefahren, Naturrisiken und Katastrophen sind oftmals auf Wechselwirkungen zwischen unterschiedlichen Naturgefahrenprozessen zurückzuführen. Aufgrund von Verkettungen unterschiedlicher, also multipler, potenziell schadenbringender Prozesse können sich diese gegenseitig noch verstärken. Man spricht hierbei dann von Kaskadeneffekten, aus welchen Extremereignisse und Katastrophen resultieren können. Im Anthropozän, also dem sogenannten Zeitalter des Menschen, kommt es nicht zuletzt auch aufgrund des durch den Menschen induzierten bzw. verstärkten globalen Klimawandels vermehrt zu hydrometeorologisch bedingten Extremereignissen, die mitunter katastrophale Schadensausmaße annehmen können. Beispiele für solche hydrometeorologisch bedingten Extremereignisse können Hochwasser, Murenabgänge oder auch Hangrutschungen sein. Mein Name ist Ronald Pöppel, ich bin Senior Lecturer für physische Geografie und Geoökologie am Institut für Geografie und Regionalforschung der Universität Wien und Leiter der Subarbeitsgruppe Human Impact and Connectivity. Ich freue mich, Sie durch die Lektion Wechselwirkungen und Extremereignisse begleiten zu dürfen. Das folgende Video, also Video 2, wird dem Thema Extremereignisse gewidmet sein. Video 3 beschäftigt sich mit Wechselwirkungen, Multigefahren und Kaskadeneffekten sowie der Rolle der Konnektivität, konkretisiert anhand zweier ausgewählter Fallbeispiele aus dem österreichischen Alpenraum. Dem Schwarzen Seebauchtal in der Steiermark und der Plassen Sedimentkaskade in Hallstatt im Salzkammergut. In Video 4 werden wir uns im Rahmen eines Experteninterviews dem Anthropozän zuwenden. Schließlich wird in Video 5 eine Zusammenfassung der Lektionsinhalte vorgenommen. Ich wünsche uns allen eine spannende Reise durch die Themenlandschaft dieser Lektion. Ich wünsche uns den Nächste Ereignisse über die Aufmerksamkeit an die Es war ein Ins Еinkünster und Anpassung. Ich wünsche uns einen Anpassung an die Portion namens ein, Sie sagen, ich wünsche mir das jede Menge Wasser,